Das ist eigentlich so viel. Ich kann mich dir aber anschließen. Ich bin auch dir, Gabrielle, so dankbar, weil du das echt großartig machst. Und mal ganz davon abgesehen von dem ganzen Inhalt, den du und auch deine Assistenten teilt, ich schaue dich auch so gerne an. Du hast das schönste Lachen der Welt. Danke. Ich schaue dich so gerne an. Und mir geht das Herz auch, wenn ich nur dein Lachen sehe. Das ist eins, aber das ist nicht das, was auf meinem Zettel steht. Danke.